Gut, Guys, aber ich würde sagen, dann leider auf diesem etwas unbefriedigenden Ende, komme ich zu meiner Wertung, oder ja, ich will jetzt gar nicht die Punkte durchgehen, glaube ich. Einfach so ein bisschen generelles Feedback vielleicht sagen, was mich gestört hat und was ich echt gut fand. Also generell muss ich sagen, echt eine sausa gute Map, hat wirklich saubock gemacht hier zu spielen, aber so muss ich schon sagen. Einfach coole Ideen, die Sachen sind mega gut umgesetzt, ich finde dieses Phasmophobia Prinzip eh extrem cool, ja, wirklich eine tolle Idee und die hier so umgesetzt in Adventurecraft zu sehen, ist natürlich auch mega gut. Und es ist halt auch echt gut umgesetzt, finde ich, also die Ideen für die Items stimmen halt, also für die Tools, die man quasi hat, mega nice. So, Ideen für die Monster sind auch cool, auch mit diesem Heften, dass man sich da durchschauen kann und so, also es macht Spaß, es ist wirklich cool, ist sehr, sehr cool. Ein paar Sachen möchte ich aber dann doch anmerken, ihr habt es ja vielleicht im Let's Play gemerkt, vielleicht fange ich mal mit Musik an. Ich fand die Musik leider ziemlich lame, ich glaube, da wäre noch viel mehr drin gewesen. Ich weiß, da wurde sehr viel nur mit atmosphärischen Geräuschen gearbeitet und dass man generell die Geräusche mehr wahrnimmt, aber ich finde, da hätte man auch mehr mit dem Sounddesign spielen können. Die Sounds waren oft leider UI und nicht 3D-Sounds, das hätte man noch mehr machen können. Gerade so Umgebungsgeräusche kann man, finde ich, auch gut als Sounds umsetzen, muss man gar nicht als Musik machen. Klar, in dem Fall bietet es sich an, ich kann auch gut verstehen, dass er keine Musik haben möchte in den Leveln, das kann ich schon verstehen. Ich kann mir das kurz nicht vorstellen, dass so atmosphärische, sehr, sehr düstere Horrormusik da schon gut gepasst hätte. Also jetzt eigentlich so die klassische Musik mit Melodie, die man kennt, sondern eher so ein bisschen so Horrorrauschend oder keine Ahnung, sowas. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das hätte schon nochmal ein bisschen mehr Atmosphäre erzeugt. Die Sounds haben sich auch oft sehr gedoppelt. Ich glaube, da hätte man auch noch deutlich mehr Varietät liefern können, auch gerade was die Monster angeht. Ja, also das war so zu den Sounds und zur Musik, da wäre, glaube ich, schon noch deutlich mehr dran gewesen. Da kann man auch noch viel mehr Vielfalt nehmen, glaube ich. Gameplay, man macht ganz anderes, finde ich richtig cool, also was ganz Neues. Macht wirklich sauviel Spaß, finde ich. Ich finde es echt nice umgesetzt und dieses Raten, was für Monster kann das jetzt sein, das ist halt auch mega cool. Dass ihr so wieder durchgehen müsst und dann, dass du so viele Sachen schon hast, die anscheinend auch schon größtenteils alle integriert sind. Ich weiß es nicht, wir hatten halt sehr oft die gleichen, muss ich sagen. Vielleicht sind noch nicht alle umgesetzt, aber es sind auf jeden Fall einige umgesetzt. Und das macht Spaß, um auch die Sachen auszuprobieren, die Responses zu kriegen. Die Trigger sind auch sehr kreativ, finde ich. Mal fällt eine Weingflasche runter, dann bewegt sich da der Stuhl. Klar, die doppeln sich auch so ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen schade. Ich kann es aber irgendwo auch nachvollziehen. Ich finde, es gab jetzt nicht zu viele Doppelungen. Der Herd kam schon sehr häufig. Die Türen gab es halt immer, aber ja, ich finde es ging noch. Also es ist schon eine Oberkante, ich finde mehr doppeln dürfte sich jetzt nicht. Aber es ging noch. Ja, was von Gameplay ein bisschen gestört hat, weil, wie gesagt, das habe ich oft angesprochen, dass dieses Aufzeichnen der paranormalen Aktivitäten viel zu lange gebraucht hat. Also da hat er zwischendurch, hast du auch mal eine Minute gewartet und es ist gar nichts passiert. Und das finde ich einfach viel zu lang. Also da muss irgendwie daran gearbeitet werden, entweder hier die Zahl runterstellen, dass man die sechs Stück braucht, weil man muss ja auch, um rauszukriegen, was für ein Viech das ist, gar nicht aufzeichnen. So, also eigentlich ist es egal, was ich aufzeichne oder ob sich da der Stuhl bewegt oder nicht, weil das machen ja alle Viecher. So, also ich finde, das ist aktuell noch ein bisschen unverknifft mit dem restlichen Gameplay. Im Grunde hat es nichts damit zu tun, was du in dem Haus für seltsame Sachen siehst und was dort passiert und was für ein Viech du später hast. Weil alle Viecher machen dieselben Sachen im Haus. Das ist da, wie ich meine. Und das ist ein bisschen schade. Wenn ich jetzt wüsste, okay, das eine Viech schalte den Herd an, das andere zeigt sich vielleicht auch mal. Das mit den Appetitions habe ich ja bis jetzt nicht verstanden, leider. Ja, das finde ich ein bisschen blöd. Und das macht das Gameplay da ein bisschen nach unten. Weil deswegen, jetzt musst du ja auch die Mission noch mal spielen. Ja, ich habe die ein paar Mal gespielt. Das hat wirklich ewig lang immer gedauert, bis ich diese Six Paranormal Activities aufgenommen hatte. Und im Grunde braucht man sie ja gar nicht zur Identifizierung. So, das ist so ein bisschen mein Punkt. Und ich weiß, ob ihr das verstehen könnt, aber ich verstehe schon. Dann finde ich, dass manche Tools ein bisschen gewöhnungsbedürftig funktionieren. Zum Beispiel jetzt mit dem Transceiver gerade fand ich es sehr unfair. Also ich habe den wirklich lange eingesetzt und es hat nicht funktioniert und ich habe keine Response bekommen. Generell dauert es beim Transceiver. Auch davor hat es echt meistens sehr lange gebraucht, bis da eine Antwort kam. Zum Beispiel beim Salz ging es sehr schnell. Da kam immer sofort die Antwort. Beim Kompass musst du halt wissen, dass du immer darauf warten musst, bis was passiert. Bis du eine paranormale Aktivität hast. Und dann musst du schauen, ob es aussteckt oder nicht. Musste ich aber am Anfang auch nicht. Deswegen fand ich das auch schwierig. Piper ist sehr eindeutig. Da gibt es nichts zu meckern. Salz ist sehr eindeutig und Candle wahrscheinlich auch. Das hatten wir halt leider gar nicht. Ich finde es cool, dass die Sachen zufalls generiert werden. Dadurch kannst du halt nicht so, wie ich es am Anfang irgendwie per Zufall dann Glück hatte, einfach sagen, das ist die Entität fertig. Und wenn du es halt verkalkt hast, dann weißt du, was es ist für alle. Das ist ein bisschen schade. Aber das ist eben nicht gemacht worden. Das finde ich gut. Ja, aber das fand ich richtig nice. Ach, schaut mal. Hier sind die einzelnen Trigger wahrscheinlich. Ja. Und die werden dann halt random abgerufen. Also das Prinzip finde ich wirklich mega cool mit diesen paranormalen Aktivitäten. Das ist auch echt cool umgesetzt. Es sind einfach zu wenige, würde ich sagen. Es müssten mehr sein und die müssten häufiger nacheinander kommen. Ja, aber ich finde es gerade, die Atmosphäre, die aufgebaut wird, ist ultra stark. Wobei, da komme ich dann später dazu. Also wirklich Gameplay finde ich cool, bis auf die paar angesprochenen Sachen. Ab in der Zwischenzeit weiß ich halt bis jetzt nicht, was es eigentlich bedeutet. Also ich glaube, ich fände die Idee ganz cool, wenn er in einem kurzen Tutorial, das muss ja gar nicht lang sein, das dauert er wahrscheinlich 5 Minuten oder so, einfach mal jeden Trigger vorstellt. Dass er sagt, okay, so sieht es aus, wenn du eine Papierantwort kriegst. Wobei Papier ist jetzt wirklich sehr eindeutig. Oder so sieht es aus, wenn nur ich hier von dem Teil halt eine Antwort kriegst. Und so sieht es aus, wenn der Kompass durchdreht. Dass du halt von jedem Mal so exemplarisch gezeigt bekommst, so sieht es denn aus, wenn das sich zurückmeldet. Weil dann wüsste ich jetzt auch, was das Appletitions ist zum Beispiel. Oder dass man halt auch so ungefähr gesagt bekommt, okay, bei dem Receiver muss du halt das und das machen, um das zu triggern. Also dass du halt irgendwie eine Idee bekommst, weil so jetzt, wie gesagt, das war das, was ich ein bisschen fehlen fand manchmal, die Information, wie ich denn bestimmte Antworten manchmal bekomme. Wie gesagt, bei manchen war es sehr eindeutig, Papier war immer eindeutig. Das Ding auch, man wusste, wie es funktioniert. Candle und Salz sowieso. Das hat sich mit einmal verarscht, das Transiever-Ding, das fand ich ein bisschen schade. Aber sonst war es ja schon eindeutig. Dann natürlich der Bug, dass man stirbt, dass dann gar nichts mehr funktioniert. Das ist sehr, sehr blöd. Das muss unbedingt gefixt werden, weil dadurch kannst du halt, ja, wenn du halt einmal stirbst, was ja nicht so unwahrscheinlich ist, kannst du tatsächlich gar nicht mehr die Map weiterspielen. Und das ist schade, denn das ist komplett gebrokt. Du musst sicher auch mal ein Save neu anfangen. Das finde ich ein bisschen blöd. Ich finde, die Maps könnten auch ein bisschen unterschiedlicher sein. Also ich fand die Abwechslung mit der Schule sehr cool. Aber sonst waren die Häuser schon alle recht ähnlich. Und halt vom Setting auch das Gleiche. Ich finde es kein Problem, wenn man jetzt so zwei, drei Häuser hat und dann noch drei andere Settings. Aber ich glaube, wir hatten wirklich vier oder fünf Häuser und noch die Schule. Und dadurch, ja, ist so ein bisschen mehr Grusel am Ende raus gewesen. Also die Schule fand ich zum Beispiel echt super gruselig am Anfang dann, obwohl die ja auch erst relativ spät kam. Und generell am Anfang fand ich es natürlich viel gruseliger, weil ich nicht wusste, wie bewegen sich die Viecher, wie zeigen sich die Trigger und so. Da war halt noch alles ganz ungewiss. Natürlich, wenn man es nicht kennt, ist es deutlich gruseliger, als wenn man dann nach und nach rausfindet, aha, so funktioniert das Spiel. Ist klar, ist natürlich. Deswegen fand ich es am Anfang wirklich sehr gruselig. Hat es wirklich sehr Bock gemacht. Jetzt am Ende hat es mich eher ein bisschen genervt, dass die Trigger immer so lange gebraucht haben. Und die Jumpscares fand ich wirklich sehr, sehr unnötig. Also da würde ich in echt raten, die rauszunehmen oder irgendwie anders einzubauen. Ich finde ja an sich, okay, zum Beispiel, wenn du von einem Viech gejagt wirst und da kommt irgendwie ein Sound oder wenn es nah an dir dran ist, dann machst du halt ein Jumpscare hin oder keine Ahnung, sowas. Aber die war ja einfach komplett random und das hat gar nichts mit dem Spiel zu tun. Das fand ich irgendwie total lame. So, die haben die einfach kurz erschreckt und das war's. Aber es war halt einfach nicht cool. Und du weißt halt, es ist, glaube ich, wirklich so, wie ich gesagt habe. Es ist einfach ein Random Counter, der hoch zählt bis zu einer zufälligen Zahl und wenn die erreicht ist, dann kommt halt dieser Jumpscare. Und das Bild hat auch nichts damit zu tun. Ich habe in der Schule auch insgesamt, glaube ich, drei Jumpscares bekommen in all meinen vier Versuchen. Und es war halt immer uncool. Also das fand ich irgendwie unnötig. Ich würde echt ihm raten, das rauszunehmen. Weil es bietet keinen Wiederspielwert. Oder halt, ich würde mir überlegen, wie kann ich die Jumpscares besser einbauen. Ich finde ja Jumpscares in einer Horror-Map logischerweise nicht schlecht. So, wenn sie halt gut gemacht sind und zum Spiel passen. Aber das hat halt einfach nur gar nicht reingepasst. War super random. Ja, weiß nicht, ob ihr das anders wahrnehmt oder sagt, nö, das war's halt voll cool und soll ruhig drinlassen. Das ist ja eine Horror-Map. Aber das ist für mich halt kein guter Jumpscare oder kein guter Horror. Aber den Horror finde ich eigentlich sehr gut bei der Map. Ja, das Prinzip macht's wirklich Spaß. Ich meine Phasmophobia, daher kommt die Idee, ist ja wirklich auch ein cooles Spiel. Und ja, also das waren so meine größten Kritikpunkte am Gameplay, würde ich sagen. Dazu finde ich das Gameplay echt stark. Wie gesagt, ich glaube, ihr muss aufpassen, damit es sich nicht zu oft wiederholt, dass er entweder mehr unterschiedliche Viecher noch macht. Wir hatten eigentlich sehr oft Raph und Poltergeist. Das waren doch auch die einzigen beiden, die wir wirklich mal besiegt haben. Einmal hatten wir noch Lotus, was ich nicht erkannt habe. Und das war's aber, glaube ich, auch. Oder eigentlich Fiend hatten wir noch einmal, was ich auch nicht erkannt habe. Also vier verschiedene Viecher kamen jetzt. Weiß nicht, ob ich da noch Pech hatte und zufällig immer die gleichen Viecher hatte. Vielleicht ist der Rest auch noch nicht umgesetzt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn die Map noch länger wäre, müsste man aufpassen, dass es nicht zu langweilig wird. Also wenn es doch mal ein Haus käme, wäre es jetzt irgendwie echt gar nicht mehr so spannend. Also ich glaube, da müsste man mit dem Setting noch mehr aufpassen und da eben noch ein bisschen variabler sein. Aber an sich geht es echt schon in eine sehr gute Richtung. Das mit dem Licht war auch komisch, dass das gar nicht funktioniert hat. Weiß ich auch nicht, ob das so gewollt war oder nicht. Keine Ahnung. Genau, also das wären so meine Gameplay-Kritikpunkte. Design war okay, aber ihr seht ja schon, wann hier lang geht. Es ist sehr minimalistisch gebaut, wenig detailreich. Auch die Innenräume, finde ich, kann man noch ein bisschen mehr ausbauen. Es ist schon ganz cool gemacht. Ich finde, es kann trotzdem noch ein Ticken detailreicher sein. Aber klar, es gibt schon so ganz coole Models wie den Duschkopf und sowas. Das finde ich total cool gemacht und bietet sich auch als Trigger voll gut an. Gerne mehr in die Richtung, aber so bautechnische Details gab es halt eigentlich fast gar nicht. Ich meine, das sieht halt irgendwie okay aus, aber es ist alles der gleiche Stein und irgendwie gar nicht raffiniert gebaut. Und klar, wenn du halt hier zum Beispiel bist und du siehst überall die offene Welt, es sieht halt einfach hässlich aus und halt komplett unauthentisch und es nimmt dann natürlich auch noch mal ein bisschen Grusel raus. Good Story gibt es nicht. Kann man nichts bewerten. Atmosphäre fand ich sehr, sehr gut. Könnte glaube ich aber, wie gesagt, durch die angesprochenen Punkte, Musik, Sounds, Bauten und auch Texturen teilweise, da komme ich gleich noch dazu, finde ich, könnte noch besser sein in der Atmosphäre. Aber gerade weil dann auch, wie gesagt, die gleichen Sounds, die immer verwendet wurden und so. Ja, aber die Atmosphäre ist an sich echt cool. Cool aufgebaut. Ich finde, da hast, also gerade am Anfang hatte ich wirklich Schiss, zu Anfang ins Haus zu gehen und dann auch das Viech zu sammeln und ich wusste, das läuft da irgendwie rum, du hast gar keinen Plan. Oh, jetzt killst du mich gleich oder so. Das fand ich schon echt fies. Gerade die ersten beiden Level fand ich so mit am gruseligsten und die Schule. Ja, also Atmosphäre macht's macht schon richtig, aber da kann man auch noch ein bisschen durch die angesprochenen Punkte, denke ich, noch trotzdem noch was verbessern und noch einiges drauflegen. Ist, glaube ich, schon noch mehr möglich. Die Spielzeit ist, ja, in Ordnung für eine Horror-Map. Es gäbe jetzt halt noch wahrscheinlich ein paar mehr Ideen, die man hier machen könnte. Äh, ja, also es ist ja auch nicht die Vollversion. Und, ja, ich kann verstehen, dass es keine Story gibt, könnte man irgendwie schon einbauen, aber es ist natürlich schwierig mit den random Viechern oder so. Also, ich glaube, man könnte schon was erzeugen. Und ich glaube, wenn man das noch länger macht, dann bräuchte man irgendwie auch eine Story. Also, wenn es jetzt halt auch zehn weitere Missionen gäbe, alle in diesem Stil, dann hätte man, man hätte sich vielleicht irgendwann nicht mehr die Motivation weiterzuspielen. Also, ja, weil dann würde mir irgendwie was fehlen. So, und vielleicht so eine Story würde, könnte man sich schon überlegen, die einzubauen. Doch, ich würde denken, es klappt schon. Aber es ist natürlich schwierig, mit dem Prinzip eine krasse Story zu machen. Ich meine, Phasmophobia ist ja auch ein Multiplayer-Spiel. Und, klar, wenn du so ein Multiplayer-Spiel hast, auch jetzt die Mario Kart oder keine Ahnung was, dann ist natürlich Story noch mal ein ganz anderes Thema. Deswegen, ja, ist das eh noch mal was anderes. Bei Phasmophobia, also beim Original, hier ist es ja auf jeden Fall ein Singleplayer-Spiel. Ja, aber es war zu gut. Charaktere, finde ich echt cool. Ja, also ich finde, diese Sachen hier sind sehr cool beschrieben. Ah, was ich noch sagen wollte, ich fände es cool, wenn die noch ein bisschen gemodelter wären. Ich fand, das hat auch so ein bisschen den Grusel dann rausgenommen, weil am Anfang wusste ich ja gar nichts. Und als man dann die eigentlichen Models gesehen hat, war ich so, okay, ist schon jetzt gar nicht mal so gruselig, vielleicht. Klar ist es schwierig jetzt irgendwie zum Beispiel das Teil gut zu modeln, aber ich denke, die Art würde sich sehr lohnen. Oder so ein Phantom oder sowas hier, keine Ahnung. Ich glaube, durch Models kann man da deutlich, deutlich auch noch mal Atmosphäre viel mehr erzeugen. Da kriegst du noch viel mehr Schiss, wenn da wirklich nicht so ein Minecraft-NPC vorne steht, sondern plötzlich ist ja eigentlich die Augen irgendwie krass oder so. Ich könnte mir auch einfach zwei Boxen machen oder wirklich irgendwie, man kann ja auch versuchen, runde Boxen in der Art zu erzeugen. Also da wäre, glaube ich, noch viel mehr möglich gewesen. Und durch Animation und so, das ist dann der nächste Punkt dann schon, über nächster Texturen, wäre auch noch mehr drin gewesen. Aber ja, also ich finde, Charaktere sind eigentlich cool gemacht, jetzt wird hier cool beschrieben und du hast dann auch ein bisschen Schiss vor denen und so, das ist schon ganz nice. Haben aber natürlich wenig Hintergründe, Tiefgründigkeit hat es eigentlich gar nicht. Ja, das war so eine grundlegende Sache. Inszenierung finde ich sehr, sehr cool gemacht. Also gerade natürlich, es inszeniert Phasmophobia eindeutig und das inszeniert es wirklich sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, bis auf die angesprochenen Punkte, die sind auch verwässerungswürdig, aber insgesamt finde ich die Inszenierung top. Und Texturen, ja, geht auch noch mehr. Gibt es schon ganz coole Sachen, aber es gibt auch teilweise eben sowas hier, oder so normal aussehende Stühle oder so und das ist irgendwie unnötig. Warum hat er die Textur nicht davon auch noch geändert, wenn er alle Texturen ändert? Vielleicht hat er einfach ein Standard-Texture-Pack reingehauen und die anderen Sachen, vor allem auch die neuen AC-Texturen, die nicht geändert sind. Ja, also da würde ich mir auf jeden Fall schon die Arbeit machen und dann wirklich alle Texturen ändern, weil sonst sieht es irgendwie auch ein bisschen lächerlich aus. Ich finde, das wirft einen halt so ein bisschen raus. Was ich gerade auch in so einer Horror-Map oder generell für Atmosphäre wichtig finde, ist, dass es halt authentisch wirkt. So, das wird halt total unauthentisch, wenn du hier in so ein Haus bist, was echt gruselig aussieht, und dann kommst du hier, gut, hier jetzt nicht, aber dann kommst du in irgendeinen Raum und es sieht halt plötzlich voll komisch aus. Ähm, Beispiel hier, da ist plötzlich so ein gepixelter Stuhl oder so. Da denkst du so, hä? Okay, es ist schon sehr, äh, unreal. Keine Ahnung. Ja, also das finde ich ein bisschen schade. Ähm, denke, da kann, kann man echt noch ein bisschen was rausholen und bin gespannt, wie das noch weitergeht. Äh, bin generell gespannt. Ich glaube, der Entwickler arbeitet ja auch noch sehr intensiv daran. Ich meine, er hat das auch echt schnell aufgebaut hier, also dafür Props. Item-Texturen kann man, glaube ich, auch noch verändern, oder die, die Herzen und so. Also das auch noch, mehr drinne. Ähm, ja, aber an sich in allem, also alles in allem. Echt eine sehr coole Map, hat mir richtig Spaß gemacht, hat mich auch echt überrascht. Ich hab nicht gedacht, dass sie so gut ist, dass sie schon so coole Features hat, auch hier die Kamera war echt cool inszeniert. Wobei, dann könnte man auch sagen, Batterieanzeige hat es oben, von der Taschenlampe ist die Batterie nach gefühlt zehn Sekunden leer. Das Teil hält unendlich. Ja, und ich dachte halt am Anfang, dass es halt auch Sachen gibt, oder Geister, die ich halt nur auf der Kamera sehe. Gab es ja im Endeffekt bisher auch nicht. Das wäre auch eine Idee, die man einbauen könnte. Also ja, wirklich eine coole Map. Sehr überraschend. Ja, sieht's ruhig als deines Halloween-Special an, weil es ja jetzt auch ein bisschen länger war. Äh, weiß nicht genau, wann es rauskommt. Wahrscheinlich schon eher davor. Vielleicht mache ich auch noch was anderes zu Halloween, aber ich glaube schon so, dass es garantiert die Adventure-Craft-Horror-Map des Jahres wird. Ähm, und warum nicht? Kann man doch schon als Halloween-Special machen, auch wenn es gar nicht so geplant war am Anfang. Aber, ich fand's wirklich gruselig. Also, spiel's gerne selber mal, das ist bestimmt noch was anderes. Gut, wenn ihr's jetzt natürlich von mir kennt, dann nimmt jetzt echt schon mal viel Grusel raus. Also, eigentlich müsste man halt die Map erst selber spielen und sich danach irgendwas anderes dazu anschauen. Weil, dann ist es halt deutlich gruseliger. Ähm, genau. Also, das waren jetzt so meine Kritikpunkte. Finale Wertungen könnt ihr in der Tabelle gerne nachschauen. Ich bin gespannt, was der Entwickler sich hier noch so für die nächsten Version einfallen lässt. Ob er die Kritik auch so ein bisschen umsetzt. Und ja, dann war's das von mir. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Map in die Comments. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Adventure-Craft Adventure-Maps. Haut rein! Und dann bis zum nächsten Mal hier bei